Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute geht es um alle Änderungen, die wir schon wissen, die zu Season 6 bzw. zum Add-on zum DLC Festival of Hedgewood ins Spiel kommen werden. Auch für alle, die den PTR vielleicht vor einigen Wochen nicht mitbekommen haben, werden hier auf jeden Fall noch einige Informationen mitbekommen. Aber auch die, die den PTR verfolgt haben, so wie ich auch und vielleicht selber im PTR drin waren, hier nochmal ein kleiner Reminder und Refresher, was sich alles zu Season 6 ändern wird. Ich werde das alles so ein bisschen anschneiden, mache kein großes Thema draus, einfach, dass ihr mal einen guten Overview habt, was sich alles ändern wird, weil da gibt es schon ein paar Dinge, die vielleicht auch für euch ganz interessant sind. Ich werde versuchen, für alles hier Bilder einzublenden, damit ihr auch was Visuelles habt. Als erstes haben wir einmal das Charaktermenü, das Auswahlmenü. Dort hat es davor so ausgesehen, dass man um ein Campfire die Charakter auswählen konnte. Das hat sich leider geändert und der Geistgeborene ist jetzt mit in dem Raster mit dabei. Zusätzlich gibt es bei jedem Charakter auch neue Hairstyles. Das finde ich ganz cool. Ich muss sagen, allgemein die Charakterauswahl bzw. die Charaktererstellungsauswahlmöglichkeiten waren jetzt nicht so mega krass. Es gab immer nur vier unterschiedliche Gesichter, eine Handvoll Haare und auch wenn ich es cool, dass hier zumindest mal der erste Weg gegangen wird. Und es neue Hairstyles gibt mit Patch 2.0 bzw. mit DLC und Season 6. Ja, das habe ich im PTA auch schon gesehen. Die Garderobe könnt ihr jetzt jederzeit überall im Charaktermenü öffnen und euren Transmog ändern. Dafür müsst ihr nicht mehr zur Garderobe laufen. Außerdem gibt es auch vier neue Farben, die dazugekommen sind. Das ganze Ansehenssystem hat sich ein kleines bisschen geändert. Gerade die 5 und die 4 wurden einmal getauscht, sodass die vier Paragon-Punkte jetzt schon beim vierten Bonus kommen. Sehr, sehr wichtig, sodass alle neuen Spieler, die dazukommen, viel, viel früher die Möglichkeit haben, diese vier zusätzlichen Paragon-Punkte zu haben. Vor allen Dingen, weil sich das Paragon-System ja auch geändert hat. Wenn ihr dazu nochmal was sehen wollt, dann checkt ihr mir immer nochmal ein anderes Video ab. Dass man diese vier Paragon-Punkte bzw. für jedes Gebiet dann fünf, ich weiß auch nicht, ob Nahantu vielleicht auch nochmal vier Paragon-Punkte gibt. Ich gehe immer stark davon aus, ja, aber dass die auf jeden Fall früher am Start sind, als es bislang so ist. Die Obolus-Preise haben sich geändert, ist alles ein bisschen teurer geworden, ein paar Sachen sind günstiger geworden. Ich blende euch einfach mal die Liste ein, könnt euch selber anschauen, was da genau anders geworden ist. Und dann kann man jetzt Fragmente für Juwelen, Smaragde und so weiter zusammennehmen und andere craften. Das ist, ich blende euch einfach das Bild ein, für jedes dieser Fragmente gibt es drei unterschiedliche Fragmente, die ihr zusammen craften könnt. Und dann, ja, das machen, was ihr wollt. Ich glaube, das ist dem geschuldet, dass zumindest bislang so war, dass man immer zu wenig Rubine hatte, aber so unfassbar viele Schädel oder Diamanten oder sonst irgendwas. Finde ich auf jeden Fall ganz cool, vor allen Dingen für verschiedene Charakterklassen braucht man ja unterschiedliche Juwelen. Bin sehr gespannt, ob das interessant ist, weil wir ja auch mit Season 6 bzw. mit dem DLC die Runenwörter bekommen. Und da man ja da mindestens mal zwei Sockel weg hat, aber, ey, ist ganz gut, dass man hier die Fragmente sich jetzt ercraften kann. Dann wird der ein oder andere bestimmt mitbekommen haben, dass Ingolid und auch Niedereisen, ja, wegrationalisiert wurden. Und es jetzt nur noch Obduzide gibt. Damit einhergehend haben sich auch die ganzen Preise beim Schmied geändert fürs Vollenden. Ich werde einfach mal hier links die ganze Liste einmal durchjagen. Ich hatte im PTR gemerkt, dass es zum Ende hin schon sehr, sehr teuer wird mit den Obduziden. Nur als Beispiel, das letzte Level kostet 2250 Obduzide. Das ist schon eine Menge. Bislang war es so, dass ihr mystische bzw. Uber-Unix beim Alchemisten herstellen konntet. Das ganze System wurde jetzt rüber transferiert zum Schmied. Macht meiner Meinung nach auch mehr Sinn, weil der Schmied, da macht ihr eure Uber-Unix auch kaputt. Macht schon Sinn, dass ihr die da auch craften könnt. Kostet immer noch 4 Funken, da hat sich nichts geändert. Es kommen ja mit dem DLC auch neue Mounts mit rein. Und das wird auch für alle Free-to-Play, ich sage mal in Anführungsstrichen Free-to-Play Leute so sein. Wenn ihr ans Mount-Menü geht bzw. zum Pferdehändler, gibt es zwei neue Möglichkeiten da Mounts zu nehmen. Das sind zwei Panther, die finde ich eigentlich ganz cool. Bei den grausigen Gaben, wenn ihr die abgebt beim flüsternen Baum, gibt es eine neue Truhe und zwar die Gold-Truhe. Dort wird es nur Gold rausgeben. Ich weiß leider nicht wie viel, aber es wird dort Gold geben. Und es gibt eine neue Truhe, die Fragmente innehaben wird. Also einmal Fragmente, einmal Gold. Gerade das Gold finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Gold ist irgendwie immer Mangelware gewesen, da bin ich auf jeden Fall froh. Ich hoffe, da kommt richtig viel raus, so 20 Millionen oder noch mehr. Müsst ihr uns auf jeden Fall gedulden. Ein Thema, ich glaube, da muss ich ein bisschen mehr zu erzählen, sind die Endbosse. Die ein oder andere hat das vielleicht schon mal mitbekommen. Ich hatte das schon mal in einem Video erzählt. Aber die Endbosse sind nicht mehr unterteilt in Level. Die ganze Level-System ist ja weggefallen. Aber die Bosse werden jetzt immer so stark sein, wie auch die Qual, in der ihr euch befindet. Es gibt ja Qual 1, 2, 3, 4 und erst ab Qual 1 könnt ihr einen Boss überhaupt herausfordern. Und je nachdem, welche Qual-Stufe ihr spielt, umso schwerer ist der Boss. Und umso mehr Loot gibt der Boss auch. Auf Qual 1 gibt er 1 bis 2 Unix. Auf Qual 2, 2 bis 3. Auf Qual 3, 3 bis 4. Und auf Qual 4 gibt er 5 Unix und noch ein paar anderen Stuff. Und auch auf Qual 4 mit den 5 Unix hat er natürlich auch die höchste Uber-Unix Chance. Wir haben dazu noch keine harten Facts, aber ich gehe stark davon aus, dass sich da nichts geändert hat. Und das so ist, wie auch es bisher ist. Und dass jeder Boss eine grundsätzliche Uber-Unix Chance von 1,5% hat. Das mal 5 sind wir bei den alten 7,5, 7,9. Je nachdem, wie ihr das rechnet. Ob Stochastik, Wahrscheinlichkeit oder wie auch immer. Aber irgendwas zwischen 7 und 8% ist es auf Qual 4 für einen Endboss, für einen Uber-Unix. Eine Sache, die ich ganz cool finde, ist, dass es neue grausige Gabenaufgaben gibt. Unter anderem eine Aufgabe, einen Endboss zu besiegen. Das heißt, zum Beispiel kann auftauchen, ey, du kriegst 5 grausige Gaben, wenn du einmal Warscham besiegst. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ich denke mal, natürlich macht nur Sinn, dass das ab Qual 1 dann erst kommt. Also alle, die am Anfang sind und noch nicht auf Qual 1 sind, wundert euch nicht, dass ihr diese Aufgabe noch nicht habt. Ihr könnt dir die Endboss eher als auf Qual 1 herausfordern. Dann hat sich noch ein bisschen was in der Höllenflut getan. Das ist mir auch im PTR schon aufgefallen. Und zwar ist die Truhe weggefallen, wo Stahl drin war. Die gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt nur noch eine Truhe, die mysteriöse Truhe, die wir früher auch schon hatten. Und da ist dann das Stahl drin. Ich denke aber auch, dass in allen anderen Truhen, so wie es blitzelang auch war, immer ein Stahl drin ist. Nur, dass in der mysteriösen Truhe dann halt mehr Stahl drin sein wird. Wenn ihr den Schreineffekt einsammelt, dass ihr unendlich viel Mann habt, dann wird der Orb jetzt gelb und auch das Limit von diesem Buff wurde erhöht von 8 auf 60 Sekunden. Flüssige Truhen tauchen jetzt auf der Minimap auf, wenn ihr nah dran seid. Flüssige Truhen, nochmal auch ein kleiner Reminder an alle, sind immer ganz gut in der Höllenflut, so wie ihr es auch gerade auf dem Bild seht. Da gibt es immer nochmal ganz schnell gratis ein paar Glutsplitter draus. Deswegen die auf jeden Fall immer aufmachen. Ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Gold. Die sind immer gut, deswegen habt immer ein paar flüssige Schüssel mit am Start. Ja, das war ein kleiner, schneller Durchlauf von allen Änderungen, die bislang bekannt sind. Es wird ja am 1. Oktober ein Campfire-Chat geben, wo nochmal mehr Infos preisgegeben werden. Wenn ihr das nicht mehr passt, wollt ihr auf jeden Fall ein Follow da, dann würde ich mich sehr freuen. Ansonsten würde ich mich natürlich hier immer über ein Like auf dem Video freuen und sage, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.